Easy Updates oder so und Backups und so und Bananen erzählen. Bitteschön, lieber David. Dankeschön. So, jetzt lass mal gerade schauen, dass es funktioniert. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich... Warte, beim Sprechertest nicht da. Ich mache das beruflich, ich schaffe das. So, guck mal, da muss ich hier was teilen, nehme ich den Bildschirm. Und sobald ich das mache, wird mein Rechner anfangen, auf dem Laptop stehen, da in sich zusammen zu schmelzen. Aber hier seht ihr denn, wo ist denn meine Präsentation? Wo ist sie denn da? Wir sehen den Strand von Malle. Jetzt sehen wir Mehreinkommen. Sehr gut, Mehreinkommen ist sehr gut. Ja, Servus miteinander, mein Name ist David Jardim. Ich komme aus Köln und bin Mitinhaber und Mitaffe bei einem kleinen Joomla-bezogenen Unternehmen namens Backup Monkey. Und ich möchte euch dazu motivieren, vielleicht nicht berühmt zu werden, vielleicht auch nicht unbedingt reich, aber mehr Einkommen durch Joomla-Wartungsverträge zu generieren. Und dabei möchten wir euch helfen. Warum? Ganz einfach. Ich denke, der ein oder andere von euch hat ja beruflich mit Joomla zu tun. Und das klassische Webprojekt hat genau diese vier Schritte. Man macht ein Angebot, der Kunde sagt unbedingt. Man setzt das Ganze um, danach wird es gelauncht und dann ist es live. Und wir haben in den ersten drei Phasen als Dienstleister normalerweise ganz engen Kontakt mit dem Kunden. Und wenn die Seite dann mal live ist, passiert es leider des Öfteren, ja, dass man eigentlich beim Kunden dann irgendwann aus dem Sinn ist, weil die Seite läuft ja, was soll man da einmal die Woche nachhören, was die Seite denn gerade so macht. Das hat drei Nachteile. Zum Ersten, wir geraten einfach in Vergessenheit. Man vergisst, wie toll wir als Dienstleister eigentlich sind. Der Kunde assoziiert uns in der Regel irgendwann nur noch mit Problemen. Ich muss den schon wieder nachanschreiben, weil schon wieder irgendwas nicht geht. Und der gemeine Kunde ist ja auch öfter mal der Meinung, die Seite, die warte ich schon selber. Was er dann ja dann irgendwie dann doch nicht tut mit dem Ergebnis, dass die Seite veraltet, irgendwann gehackt wird. Und beim Kunden bleibt dann nicht kleben, oh mein Gott, ich hätte mal besser meine Seite gewartet, sondern, oh mein Gott, Joomla ist so doof. Und das ist kein schönes Ergebnis. Da hilft ein Wartungsvertrag gegen. Es gibt aber noch weitere Gründe unternehmerischer Natur. Wenn ihr, ja, als Dienstleister arbeitet, dann verkauft ihr am Ende des Tages eure Zeit. Der Tag hat 24 Stunden. Ich hoffe, die meisten von euch müssen nicht 24 Stunden arbeiten. Aber dennoch, die Zeit ist endlich. Und am Ende des Tages könnt ihr nur diese begrenzt vorhandene Zeit kaufen. Und dann ist irgendwann Ende im Gelände. Dann könnt ihr versuchen, eure Stundensätze zu erhöhen. Aber auch da ist irgendwann Ende im Gelände. Beides ist aber am Ende des Tages kein möglichst skalierbares Geschäftsmodell. Es reicht wahrscheinlich nicht für die Finca auf Mallorca, wo meine Kollegen hoffentlich gerade sitzen. Deswegen Wartungsverträge. Die erlauben euch nämlich, die Kundenbeziehung nachhaltiger zu gestalten. Es kommen dabei tatsächlich doch ein paar Euro rum. Und es ist vor allen Dingen planbar, skalierbar und wiederkehrend, ohne dass man großartig was dafür tun muss. Ganz großartiges Konzept. Wie ist, ja, da gibt es ein Schlüsselwort, nämlich Automatisierung. Dafür braucht ihr zum ersten Mal rechtliche Rahmenbedingungen. Also wäre zumindest meine Empfehlung. Ihr braucht technische Infrastruktur drumherum, damit diese Automatisierung funktioniert. Und das funktioniert wie folgt. Normalerweise, wenn ihr jetzt losgeht und sagt, ich mache mein Wartungsbusiness auf, dann macht ihr das mit der ersten Kundenseite so, dass ihr euch da regelmäßig einloggt, auf Updaten drückt und dann wird da ein Update eingespielt. Dann kommt eine zweite Seite dazu. Dann loggt man sich schon bei zwei Seiten ein. Und wenn man immer 50 Seiten in der Wartung hat, hat man 50 Browser-Tabs offen. Und das ist irgendwie, ja, skaliert nicht so dolle, ne? Ist relativ offensichtlich. Deswegen braucht ihr eigentlich einen zentralen Platz, wo ihr alle Informationen zu allen Seiten sammelt und vor allen Dingen auch von zentraler Stelle aus Wartungsarbeiten durchführen könnt. Also Joomla-Updates machen, Erweiterungs-Updates machen, Backups anstoßen, prüfen. Hat so eine Seite einen Schadcode-Befall? Und das von zentraler Stelle. Und genau da kommt der Backup-Monkey ins Spiel. Das zeige ich euch gleich mal. Der Backup-Monkey übernimmt dabei die Themen Core-Updates, Extension-Updates, Monitoring, die Erstellung von Backups, das Testen von Backups. Wobei dieser Backup-spezifische Part, keine Sorge, da verlassen wir nicht das bekannte Fahrwasser, denn der läuft mit Akiba-Backup. Backup-Monkey spricht an der Stelle mit Akiba, sodass all das, was Akiba kann, auch mit dem Monkey dann entsprechend abgedeckt werden kann. Was kann der Monkey konkret? Ihr habt ein zentrales Dashboard, wo ihr alle eure Joomla-Seiten reinpacken könnt. Ihr könnt Core-Updates zentralisiert ausspielen, ihr könnt Extension-Updates zentralisiert ausspielen, ihr könnt Backups erstellen und ihr könnt automatisiert testen, ob diese Backups auch funktionieren. Also kommt da eine installierbare Seite wieder bei raus. Die Backups lassen sich automatisiert anhand von so einem Backup-Plan erstellen. Die Tests können automatisiert werden. Ihr könnt Extension-Updates automatisch euer Zutun einspielen lassen. Wir haben ein Feature, das nennt sich Site Audits. Da geht es darum, ja, so Schadkord-Prüfungen und so Best Practices abzuprüfen. Es gibt eine Funktionalität, um an den Endkunden einmal im Monat so ein Wartungsreport rauszuballern und wir machen noch Monitoring, ob die Seite da ist und wie schnell sie antwortet. Das zeige ich mal kurz und dann zeige ich euch, wie, dann setze ich quasi meinen anderen Hut auf, nehme ich meinen Agentur-Hut, dann zeige ich euch mal, wie die Struktur drumherum ist. Genau, ich habe mich mit meinem Demo-Account beim Backup-Monkey eingeloggt. Der Backup-Monkey ist ein Software-as-a-Service-Angebot, ein SaaS. Ihr registriert euch da, könnt dann anfangen, eure Seiten zu verknüpfen. Das Verknüpfen der Seiten funktioniert über ein kleines Tool, das haben wir den Remote-Monkey genannt und mit dem Remote-Monkey, das ist einfach nur eine Joomla-Erweiterung, die installiert ihr in der Seite und ab dem Moment ist der Monkey mit eurer Seite verknüpft. Ihr seht, ich habe aktuell drei Seiten. Eine davon ist aktuell, das ist die Bäckerei-Monkey. Wir haben aber auch noch zwei andere Seiten, nämlich den Malermeister Äffchen und den Zoo Musterhausen. Der Malermeister Äffchen, na, da ist der Joomla-Core nicht aktuell, das aktualisieren wir doch mal. Der Backup-Monkey-Client könnte auch ein Update vertragen und das deutsche Sprachpaket nehmen wir auch noch mit. Und während er hier gemütlich updatet, gucken wir schon mal auf die nächste Seite. Auch da machen wir doch mal die beiden und schubsen gleichzeitig noch ein Backup an. Ihr seht also, ihr habt ein zentrales Panel, aus dem heraus ihr dann diese Aufgaben anstoßen könnt. Es gibt dabei die Möglichkeit, das orientiert quasi an einer Seite zu machen, so wie ich es jetzt hier getan habe. Es gibt aber zum Beispiel auch die Option für eine bestimmte Extension, also zum Beispiel Germ, oder was? Ja, genau. Das HTTP-Header-Plugin, wenn das jetzt auf mehreren Seiten installiert wäre, kann ich die hier in der Liste auswählen. Kann es seitenweit installieren. Da gibt es dann verschiedenste Wege, wie ihr euch da durchklicken könnt. Weitere Highlights, ich laufe da jetzt ganz schnell durch, weil wir haben ja ein überschaubares Zeitfenster. Ja, es gibt 30 Tage kostenlos ausprobieren, dann könnt ihr euch das im Detail anschauen. Weitere Features sind ja die Auflistung der Backups, das Erstellen von Backups direkt aus dem Monkey heraus, das Testen von Backups, wo ihr dann jeweils ein Feedback bekommt, ob dieser Backup-Test denn funktioniert oder nicht. Es gibt bei den Extensions die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass diese Extension für diese Seite automatisch aktualisiert wird, oder es gibt das gleiche auch nochmal auf globaler Ebene. Ihr könnt beim Schedule sagen, ich möchte ein Backup für diese Seite stellen, jeden Montag, jeden Dienstag und jeden Samstag mit diesem Backup-Profil um 11.30 Uhr. Oder wenn ihr nicht wollt, dass das jeden Tag der gleiche ist, können wir das auch noch auf Tagesebene machen. Ihr habt die Möglichkeit, im Performance-Bereich zu sehen, wie sich die Antwortzeit der Seite verhält. Das ist immer ganz praktisch, wenn der Hoster sagt, die Seite ist die ganze Zeit gleich schnell, ihr aber den Eindruck habt, naja, wie jeden Abend ist das ein bisschen langsam, dann hat man das hier auch mal messbar und nicht nur fühlbar. Es gibt die Security-Checks, die euch anzeigen, diese Seite hat suspicious files, also da könnten Dateien sein, bei denen sich mal ein genauerer Blick lohnt, wie jetzt hier, weil da ein E-Wall als PHP-Code drin ist, was prinzipiell auf Chartcode hindeuten könnte und last but not least habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einmal im Monat ein Report zu dieser Seite an meinen Kunden schicken, wo dann ein Wartungsbericht steht. Ist also sehr spezifisch auf diese Wartungsaufgaben ausgelegt und versucht, ja, genau diesen Teil sehr elegant, sehr schlank und sehr sexy zu lösen, ohne dass noch tausend andere Sachen dazukommen. So würde ich das jetzt mal ganz schnell zusammenfassen. Das war der glitzy kleine Werbeblock und dann springen wir mal zurück in meine Slides. Wo springt er denn jetzt wieder hin, wenn ich das mache? Ah, genau dahin, wo ich will. Wenn ihr den Monkey habt oder wenn es denn unbedingt sein muss, auch ein anderes Wartungstool, braucht ihr in meinen Augen, ja, so eine Handvoll Elemente, damit so ein Wartungs-Setup Sinn macht. Das Erste ist, das war eben mal ganz kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, legt euch ein kleines Vertragswerk für die Wartung zu, in dem ihr reinschreibt, was in der Wartung enthalten ist, was nicht, wo Mitwirkungspflichten vom Kunden sind. Gerade bei Wartung ist auch das Thema Verfügbarkeit, Reaktionszeiten etc. pp. ganz spannend. Das kann der Anwalt eures Vertrauens machen. Das kann aber auch der Partner vom Backup Monkey machen, den ich euch hier mit beinemstens ans Herz lege. Das ist die Firma Easy Contracts. Der Ronald, der das Ganze betreut hätte, glaube ich, auch morgen im Vortrag. Da gibt es Standardvertragswerke speziell für Web-Buden, also AGBs in dem Bereich, Wartungsverträge etc. pp. Dann ist ein weiteres Element Easy Rechtssicher. Da kommen wir, das ist ein Dienst. Das ist gar nicht, komme ich da noch zu? Ich meine schon. Nee, okay. Easy Rechtssicher ist ein Dienst, wo ihr sagen könnt, ich habe einen Kunden, das ist die Bäckerei Monkey. Die Bäckerei Monkey ist eine GmbH, der Geschäftsführer ist der und der, das ist die Steuernummer. Und da ist Google Analytics drin und Vimeo oder sowas. Und anhand von so einem, ja, so einem Mühlsatz, so einem Fragebogen erfasst ihr die Eckdaten dieser Seite und raus fällt rechtssicher ein Impressum und ein Datenschutztext für genau diese Seite. Und, das ist das Charmante dran, dieser Text aktualisiert sich laufend und automatisch anhand der jeweils aktuellen Rechtslage. Und was wir in unseren Wartungsverträgen, wir ist dann in dem Fall Agentur David, nicht mehr Backup Monkey David, wir bieten das als einen Baustein in der Wartung an. Das heißt, wir sagen, lieber Kunde, technische Wartung kostet so eine X und wenn du auch noch von uns den rechtssicheren Impressum- und Datenschutzservice haben willst, dann legst du nochmal was oben drauf. Dann braucht ihr das eigentliche Tool für die Automatisierung der Updates, das ist der Backup Monkey und, das ist noch hier unten, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Wir gucken mal. Genau. Wir nehmen aktiver Backup fürs Erstellen der Backups und es ist immer die Gretchenfrage, wo speichert man diese Backups denn? Da nutzen wir gerne Amazon S3 als Speicherdienst, weil es den charmanten Vorteil hat, dass man damit Berechtigungen abbilden kann. Also ich kann für jeden einzelnen Kunden da einen separaten User anlegen, kann sagen, der darf nur in seinem Unterordner die Backups lesen und schreiben, so dass wenn mal eine Kundenseite kompromittiert wird oder sowas, nur die Backups der jeweils eigenen Seite weg sind und nicht eben alle anderen mit. Genau. Beim Monkey noch kurz im Nebensatz. Ihr merkt es, ich kann Deutsch. Das ist vielleicht ein ganz charmanter Vorteil für den einen oder anderen. Die beiden anderen Kollegen können das genauso. Die Server stehen auch in Deutschland. Es gibt eine Auftragsdatenverarbeitung, also diese DSGVO-Klamotte ist mit da drin und wir haben so ein flexibles Pricing-Modell. Könnt ihr auch mal drauf schauen. Genau. Jetzt habe ich einmal mitgebracht, ein, ja quasi das, die Kalkulationsgrundlage, wie wir unsere Wartungsgeschichten berechnen. Wir sagen bei uns im Agentur-Setup, wir machen tägliche Backups, speichern die 60 Tage, wir machen deine Core- und Extension-Updates, Extension-Updates unter der Voraussetzung, dass sie den Dschungler-Updater unterstützen, also per Hand runterladen und hochladen, klar, da geht die Kalkulation nicht mehr auf. Wir machen ein Monitoring, wir liefern dir die Rechtstexte und es gibt noch 30 Minuten Support im Monat dazu. Warum 30 Minuten Support? Zum Ersten, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn so ein Kunde anfragt für so eine 5-Minuten-Endung und man muss dann wirklich diese 5 Minuten als Rechnung abrechnen, dann ist der Aufwand fürs Abrechnen höher als das, was man an den 5 Minuten verdient. Und deswegen erschlagen wir das mit so einer Pauschale. Die ist bei uns so kalkuliert, das sieht man auch gleich, dass die nicht ganz kostendeckend ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Kunden das nicht voll ausnutzen. Wir machen also so eine Nicht-Kalkulation. Genau. Dann gibt es eine Ladung Fixkosten. Das Easy-Recht-Sicher bei 25 Wartungskunden kostet pro Kunde 2 Euro. Der Monkey landet bei 1,52 im Monat. Akiba Backup, wenn wir da die Pro-Lizenz brauchen, was wir brauchen, sind es 20 Cent pro Seite. Und der Backup-Storage bei Amazon ist tatsächlich spottbillig. Wir als Agentur belegen aktuell, lasst mich nicht lügen, ich glaube etwa 25 Terabyte. Und bezahlen einen gerade so dreistelligen Euro-Betrag im Monat. Also, ist bezahlbar. Genau. Dann landen wir bei 3,75 an Fixkosten. Und dann kommt die Nicht-Kalkulation vom Support dazu. Da sind wir mal von 15 Minuten ausgegangen. Bei 80 Euro Stundensatz sind das nochmal 20 Euro im Monat. Also, 23,75 Kosten, wenn man den ganzen Spaß für 45 Euro anbietet. Und das ist unserer Erfahrung nach ein ganz realistisches Pricing. Bleiben etwas über 20 Euro Marge pro Kunde pro Monat übrig. Und das ist für 20 Kunden, 25 Kunden schon mal eine ganz brauchbare Summe. Und offensichtlich, je mehr Kunden das werden, desto gut. Ja, natürlich, der Aufwand wächst mit, aber bei weitem nicht so stark, wie es sonst einfach im Ich-verkaufe-meine-Zeit-Projekt-Geschäft wäre. Wie verkauft man das Ganze? Wir versuchen es dadurch zu erklären, dass wir erstens den wirtschaftlichen Vorteil deutlich machen. Also, lieber Kunde, wenn du dich da immer selber hinsetzt und auf Updaten drückst, dann kostet das deine Arbeitszeit und die ist teurer als unser Vertrag. Zum Zweiten, wenn dir die Seite mal auf die Füße fällt, also gehackt wird und du hast, was weiß ich, bist vier Tage offline, deswegen dir fehlen wichtige Daten, du musst die Seite neu installieren, dann geht es einfach ins Geld. Da sind wir günstiger. Wir versuchen genau zu erklären, was Wartung eigentlich bedeutet, warum das so wichtig ist, insbesondere Updates extrem zeitnah einzuspielen, weil sonst versteht das keiner. Und wir stolpern immer wieder über einen Mythos, nämlich meine Webseite ist so klein, die hackt doch sowieso niemand. Das braucht immer die Erklärung, dass Seiten nicht angegriffen werden, weil es spezifisch um die Seite geht, sondern dass einfach der Webspace das Interessante ist. Das ist den meisten Kunden so in der Form nicht klar und die Erklärung hilft an der Stelle. Genau, und das ist noch so ein Spezial, den spätestens da dämmert es den meisten Kunden, dass das selber nicht realistisch ist. Wenn ein kritisches Joomla-Update veröffentlicht wird, also kritisch im Sinne von Sicherheitskritisch, wissen wir aus der Erfahrung, dass zwischen acht und zehn Stunden nach Veröffentlichung des Updates die ersten automatisierten Angriffe kommen. Das heißt, der Kunde muss sich fragen, schaffe ich es zuverlässig, in diesem Zeitfenster auf jeden Fall alle meine Seiten zu aktualisieren? Und die Antwort ist in der Regel nein. Und dann ist klar, ab dem Moment habe ich das Risiko, gehackt zu werden und wir als Agentur, wir machen ja nichts anderes jeden Tag, wir schaffen das auch in diesem Zeitfenster. Genau, daraus resultiert dann, dass die Seite auch rechtssicher betrieben werden kann, sowohl was Impressum und Datenschutz angeht, als auch die Haftung für dieses Update und Seite ordentlich betreiben Thema. Das war der ganz schnelle, schnelle, Schnelldurchlauf. Ich glaube, ich habe jetzt noch ungefähr sieben Minuten für Fragen, wenn es denn welche gibt. Oder wenn jemand einen Wunsch hat, nochmal ein Feature etwas genauer zu sehen, dann könnt ihr das tun. Stellt euch in die Schlange oder kommt nach vorn. Alternativ dazu bin ich auch wahrscheinlich, ja, also in den nächsten Tagen sowieso da und gleich auch nochmal vorne am Stand. Dann könnt ihr auch da gerne nochmal persönlich Fragen stellen. Also es wäre, Martina wäre jetzt eine Zeit lang auf der Bühne gestanden, falls sie nochmal eine Frage äußern will, dann könnt ihr ja nochmal kommen. Ich weiß nicht, sie hat jetzt vorhin sich nicht irgendwie weitergeäußert. Ah, da kommen, kommt. Guido. Bin ich online, ja? Hört man mich? Ja, du bist im Internet. Willkommen. Ja, hallo. Moment mal, lass mal erst den Guido. Ja, du bist im Internet. So, jetzt habe ich den Ton aus. Gut, ihr hört mich noch sehr schön. Ja, folgende Frage. Ich habe gesehen, dass du für deine Kunden bei sie rechtssicher die Accounts anlegst, aber jetzt höre ich dich natürlich nicht mehr, wenn ich das so mache. Die Accounts anlegst, aber jetzt höre ich dich nicht mehr. Doch, du hörst mich trotzdem. Du hörst mich ja über unser Jitsi. Die Accounts anlegst, aber jetzt höre ich dich nicht mehr. So, da gehe ich mal von aus. Genau so. Und das Problem an der, die Frage an der Stelle ist, wie bist du abgesichert im Punkto, wer gibt die Daten ein für den Kunden, für das Impressum und für den Datenschutz? Wir geben die Daten für den Kunden ein. Wir haben aber in dem Wartungsvertrag eine Klausel, dass der Kunde dafür verantwortlich ist, an der Stelle relevante Änderungen an uns zu melden. Also, insbesondere im Impressum natürlich, Geschäftsführerwechsel, Adressänderungen, neue Telefonnummern, E-Mail-Adressen und was das Datenschutzthema angeht, gibt es da ein Passus drin, dass dafür relevante Änderungen ebenfalls zu melden sind. Also, wir versuchen das über so einen Passus abzubilden. In der Praxis, mir ist das schon klar, wenn der Kunde selber auf die Idee kommt, mal stillschweigend irgendwo ein YouTube-Video einzubinden, da wird er wahrscheinlich nicht dran denken, ist mir bewusst, aber ja, ich glaube, das fällt so in die Kategorie Edge Case, da müssen wir dann leider durch. Okay, also, aus der Erfahrung heraus haben wir damals entschieden, dass der Kunde eben bestimmte Sachen nicht selbstständig machen kann und entsprechend nur Inhalte anpassen darf und für technische Erweiterungen im Prinzip auf uns zurückkommen muss. Dafür gibt es eben diesen Rahmen an kostenlosen Support, bei dem wir diese Sachen dann für ihn machen, weil er sie ja nicht machen darf. Ja, aber selbst inhaltliche Änderungen kann ja heißen, ich bette jetzt mal ein YouTube-Embed ein. Und das wäre ja eigentlich schon, je nachdem, wie du das gerade auslegst, ist das ja schon rechtlich relevant. Kann man im JC unterbinden. Außerdem haben wir ja Dings drauf, User-Centrics würde ja automatisch blockieren. Du müsstest ja dann sowieso auf uns zukommen. Auch ein schönes Lüse. Ja. Okay, danke. Dann haben wir noch, machen wir jetzt Martina, die war schon vorher so lange da. Dankeschön. Ja, indirekt, glaube ich, hat sich die Frage schon beantwortet. Also meine Frage ist halt eben, welche Daten werden von Backup Monkey von meinen Kunden gesammelt? Wenn ich, das weiß, es wird ja irgendwo serverseitig, muss das ja gemanagt werden. Und muss ich die Nutzung von Backup Monkey mit meinem Kunden irgendwie datenschutzrechtlich nochmal separat vereinbaren? Also, der Monkey selber, also die Antwort ist zweiteilig. Du hast ja zum Ersten die Frage, was wir im Monkey über die Seite speichern. Wir speichern im Monkey URL, Joomla-Version, installierte Extensions und so Geschichten. Aber zum Beispiel, keine Nutzer, wir speichern keine Nutzerdaten, Krims, Krams. Also, wir speichern im Monkey bei uns in der Plattform keine personenbezogenen Daten. Jetzt ist es Auslegungssache, ob dieses temporär Wiederherstellen-Dingsbums, wo wir theoretisch Zugriff auf die personenbezogenen Daten hätten, ob das einwilligungspflichtig beim Kunden ist. Frag drei Anwälte, bekommen vier Meinungen. Weil es Anwälte gibt, die sagen, ja, da muss man sich für absichern, bieten wir vom Monkey aus, wenn du Kunde bist, gibt es da so einen Download-Bereich, dass du dir von uns diese Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, die ADVV direkt unterladen kannst, um das entsprechend zu dokumentieren, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Okay, alles klar. Joom, Dankeschön. Gerne. Nico. Ein Wecker-Ponkier-Ponzer. Wir haben ja auch exakt, dass wir mal den alten Pulli rausgeholt heute aus dem Schrank. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Das kenne ich ja schon alles. Eine Frage, die ich habe und über die ich von euch gelernt habe, aus einem Tweet ist, ihr unterstützt ja auch den Jonas S3 Cloud-Speicher. Und also, ich habe das durchgerechnet. Für mich ist das signifikant günstiger und hat die gleiche Funktionalität wie der Amazon S3-Speicher. Benutzt ihr den auch inzwischen oder seid ihr sozusagen aus Bequemlichkeit noch immer im Amazon S3 geblieben, weil ihr einfach 30 Trilliarden Terabyte habt? Backup-Monkey-Hut aus, Jonas-Hut an. Nee, Quatsch, umgekehrt. Agentur-Hut an. Wir sind mit dem Agentur-Hut tatsächlich immer noch bei Amazon. Das hat mit einem interessanten Detail zu tun. Ich hatte das auch mal durchgerechnet, bin aber über etwas anderes gestoppert. Amazon ist ein kleiner Schweineladen. Bei Amazon ist nämlich eingehender Traffic, ein Backup zu Amazon rein, ist super-duper-spottbillig. Ausgehender Traffic wird aber quasi in Gold aufgewogen. Deswegen wäre der Plan, ich ziehe mit unseren Backups mal gerade zu Jonas um, derart abstrus teuer, dass das quasi, glaube ich, die Marge für das erste Jahr auffressen würde. Ich könnte natürlich sagen, ich stelle das einfach um und mache das nur noch für Neu-Backups. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich war aber bisher schlicht zu faul, weil das braucht, also wir haben, Spoiler Alert, wir haben eine deutlich dreistellige Anzahl an Seiten in der Wartung. Da gehen ein paar Stunden drauf, Arbeitszeit, um das mal eben so umzustellen. Und da, ja, kann ich viel, viel, viel Amazon für zahlen, bis sich das rentiert. Das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung bisher gewesen. Okay, nee, also weil, du hast natürlich recht, ne? Bei Jonas ist, das ist genau der Knackpunkt. Der eingehende Traffic ist, soweit ich weiß, sogar kostenlos. Das heißt sozusagen, wenn du sagst, ich hebe bei Amazon das 60 Tage auf und danach sozusagen schmeiße ich das alles weg. Das Löschen, das dauert 100 Jahre. Ich habe meine Backups da gelöscht. Ich habe, glaube ich, drei Stunden über Nacht das Fenster offen gelassen, damit er das Zeug löscht. Wäre eine Überlegung wert. Ich habe es für meine paar Seiten als das Backup dahin umgezogen und das kein Stück bereut, nachdem ich vor allen Dingen lange mit Jonas gesprochen habe in der Hotline, bis das so funktioniert, weil das war gar nicht so einfach zu konfigurieren. Diese S3-Berechtigungen sind forschbar. Gut, okay. Nee, das war eigentlich nur meine Frage, ob ihr da das selber auch noch macht oder ob ihr das benutzt. Und deshalb danke für die Antwort. Sehr gerne. Gut, dann, wenn da jetzt niemand mehr steht auf der Bühne. Schönen Dank, David. Nochmal einen Applaus für David. Lass mich noch einen letzten Satz loswerden. Unabhängig davon, ob ihr das mit dem Monkey tut oder nicht. Das ist mehr so ein, also kein Nebenkriegsschauplatz, ne? Also versteht mich nicht falsch. Aber ich habe tatsächlich einen Appell an euch, nämlich, wenn ihr das noch nicht tut, das mit Wartung und Anbieten und Kunden explizit darauf hinweisen, dass man das machen soll, dann fangt damit an. Das ist wirklich eine geschäftlich sinnvolle Geschichte mit sehr vertretbarem Aufwand realisierbar. Und ja, macht einen merklichen Unterschied am Ende des Monats im Geldbeutel. Tut das, bitte. Ja, absolut. Also jetzt aber Applaus für David. Dankeschön. Gerne. Gerne.